hallo und herzlich willkommen bei der schreibwürdigen kinsey die hier schon wieder wie blöd am tippen ist nein natürlich bei scenes stufe wir machen heute mal ja es geht über nördliche innenstadt aus mit bellern sind brauche jetzt nicht wirklich beseitig sind truppen und liebes wohl schon die telekinese element blitz fängt schon mal super an steige den turm hoch nee aber eigentlich möchte ich hier mal dinge tun primäre aufgaben nämlich pierce braucht hilfe dringend machen wir das doch mal direkt retten wir mal pierce mehr mal wieder die crew ein bisschen aufstocken gibt es den blicken ach so war natürlich klar was denn sonst wir müssen immer dorthin broken chili block war da so gehen wir haben sogar zwei portale gehen wir da dann tell the metrics leider für locate pierce created why didn't you tell me sooner just asking for new programs for delivering this to you fine give him what he wants let's not keep here saying you haven't heard what the program are okay so the stretch i've been researching your friend pierce are you sure you wish to retrieve him what kind of a question is that an honest one historically you spend nearly half your time ridiculing him yeah but it's all in good fun making a man who risks is life for you and what you stand for the body of your comedy routine is all in good fun yes you're a terrible person you don't have to convince me just yourself drink up we're talking about this later natürlich erst mal was trinken ein saint's flow hört sich gut an den sollten wir zurückholen oh okay this is not what i expected boss am i glad to see you hold on this is your greatest fear marketing gone bad bad our own ip is attacking us and you're making jokes these things are trying to kill me maybe they just want to keep you hydrated okay let me stop and ask them if they're just trying to serve me a cold refreshing drink i'm up for more is that a fucking earthquake oh shit come on we need more guns i was gonna say the same thing and there's a reason for it now move hold on there yes you have to tell me what that scream was you don't want to know but we need more guns details, details, details jetzt, ich will ach, öffne die kiste dann geh mir mal das ding oh jetzt haben wir die schrot finden die einen, die muss jetzt hier sämtliche waffen sammeln weee so was bitte ähm, ähm gott, need braucht bessere waffen jetzt ach so, das geht doch nach äh, warte, ich hab ja keine so begriffte so next na zack tot na jetzt mach auf oh no hey man das ist ein Paul töten da ups aby er hat ab oder wo er hat wo ist paul us und das Was ist denn das für ein kranker Scheiß? Greife Paul an. Paul! Zum Essen zu faul! Zum Trinken zu blöd? Äh, egal. Ups. Was zur Hölle? Das ist wirklich gut. Töte die Dosen. Oh. Für das eine kommen vier neue, oder wie jetzt? Äh, hallo? Döde, döde, duah. Bleib' zurück, du kranker Scheiße! So. Ähm. Greif' ich? Ah! Ach, hier ist ein gegen mich. Warum sagt mir das keiner? Warte. Die ist effektiver. Oh. Leide nach. Oh, 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 oh. Kann ich eigentlich, kann ich nicht, okay. Bände, Herausforderung. Ja, ist schön. Ich will hier mal. Boah. Ups, leide nach. Was sind hier die Köpfe? Das ist blöd, das wird die nicht so richtig sieht. Tschüss mit der Raketen auf Paul. Ich brauche Munition. Ein Moment. Na toll. Bäm. Oh. Ich denke, ich weiß, wie du kannst, Paul. Oh, danke Gott. Wo hast du denn, Kinsey? Ich habe versucht, dich zu finden, wie du dich groß genug hast, um diese Dinge zu kämpfen. Was hast du denn gesagt? Ähm. Geh zu der Isle mit einer großen Statue, okay? Und geh Pauls Achtung, damit er dich folgt. Geh in! Paul ist nicht aufstehen. Ja, er ist ein Resilient, aber Kinsey weiß ein Weg. Kinsey does? Mind du mir in? Kannst du uns nach der großen Statue gehen? Was für? Ich weiß nicht mehr, dass wir Paul zu folgen haben. Zu folgen? Sie besser haben etwas Großes, dann. Herr Pierce, warum du dich in der Face des Zane's Flow, wenn du so Angst hast? Na, Geld hilft. Und wer sagt, ich bin Angst? Das ist wie wenn du etwas, was du liebst, versucht, dich zu töten, und du einfach nicht zuhörst. Wie Scuba-Sex. Ja, genau. Das ist ein süßes Zeit mit diesem Helikopter. Kann ich auch. Nee, kann ich nicht. Wie lange musst du noch angreifen? Greife Paul an. Ich greife ja an. Muss ich etwas Bestimmtes angreifen? Na, da. Oh. Komm her. Put, put. Put, put. Komm her. Ach, du Schande. Ups. Ah. Woden ist nicht echt. Hallo. Aufstehen. Paul. Kannst du dich aussteigen? Nein, ich muss nur angreifen. Hallo? Ich muss doch aussteigen. Okay, gib mir das Statue von Joe Magarok. Ah, das Statue hat einen Namen. Serious? Du hast es nicht gehört. Ich muss das in meinem Morgenbrief geklappt haben. Kommt gar nicht. Hm? Huch! Nicht reingeswitcht. Ah, die normale Statue. Okay, was kommt jetzt? Ähm. Okay. Das ist groß genug. Oh, yeah. Töte Paul. BAMS! Hier wird nicht geblockt. BAMS! Don. So. Wow. Äh. Don. BAMS! Auf dem Boden. Ach, Schande. Aufstehen. Fuck. Weg mit dir, du Blechdose. Du hast zum Altmetall gemacht. Hä? BAMS! Oh, da ist sogar Recyclinger gegen hinten drauf. Hä? Was steht da? E, irgendwas mit E. Erledige Paul. Das sieht gut an. Wo ist mein Dosenöffner? Oh, das ist richtig. Auf dem Top. Lass uns ein Monument machen. Ja, das ist ein guter Blick. Das war's wohl mit Paul. Was ist denn das? Du bist bereit, zu hier rauskommen? Ja. Ich kann nicht warten, um die Erde zurück zu kommen. Genau. Ich habe vergessen, zu dir zu sagen. Die Erde wurde aufgelöst. Was? Was? Oh ja, die Erde, die wurde in die Luft gesprengt. Was? Are you fucking kidding me? Oh, 34? Echt? Ja, Level 34? Wie schnell geht das denn jetzt? Hab ich gar nichts richtig mitgekommen. Hör sich gut an. Hör sich gut an. Begleiter Pierce Washington. Wie erst befindet sich im Telefonbuch. Das Hubmenü ist er hilft dem Sähenz im Kampf. Hier hör komische Geräusche. Huch. Äh, ist Pierce jetzt eigentlich da? Der Boss geht nach Washington. Der rückgetab für neue Aufgaben. Habe ich neue Aufträge. Superbegleiter Pierce. Und Waffe, Inflator, Inflatorstrahl. Oh, da kann ich ja mal kurz hin. Triff dich mit Pierce, jetzt wissen wir auch mal, wo der ist. Was im Inflatorstrahl ist jetzt mal nicht so schlecht an. Was immer, dass das auch ist. Ja, ach da. Macht Türe, die ich voll bequem im Sessel natürlich auch mit Hut. Klar, du bist jetzt zu tief und tief in der Zeit. Dr. Pierce ordet dich, zu gehen und Spaß haben. Blöden aus dem Stehen. Äh, äh, nicht zu sagen. Just go. Ich glaube, du bist richtig. So, hab ich jetzt den Auftrag, äh, hier. Durch mich mit Pierce, beseitige Symptropen, bricht die Regeln der Realität. Das ist dann das Einzige, okay. Was passiert eigentlich, wenn ich mit dem flirte? Ähm. Hey, Pierce. Was ist auf deinem Geist? Wir haben ein paar gute Zeiten zusammen gehabt, haben wir? Hell yeah. Singen, schießen, rufen, rufen im Land. Willst du casual Sex zu dieser Liste? Ich würde normalerweise nicht schlafen, aber fucking, ich bin dran. Okay. Spiele im Verkehr. Das war gerade sehr passend. Spiele im Verkehr. Spiele im, ja. Das kann man eigentlich kurz machen. So, bitte einsteigen. Wo soll ich im Verkehr spielen? Da, im Verkehr spielen. Dann hier bitte rein. Huch. Huch. Äh. Verschwind. Meine Show. Spiele im Verkehr. Ach Gott, das haben wir schon länger nicht mehr gemacht. Ich hoffe, das kriege ich nochmal hin. Hups. Da muss er hin. Adrenalin. Du, 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 du. Moment, boh, mal erstmal einen schönen Spot. Und geh mal. Ähm. Da ist gut. Bom. Bom. Schau, ob ich das noch hinkriege. Ich habe es mal geschafft, dauerhaft zu fliegen. Bom. Nein. Das war mein Kibli. So. Mal schauen. Was? 500.000. Komm schon. Na. Verdammt. Warum krieg ich es nicht ganz hin? Nein. Boom. 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 Komm schon. Komm schon. Komm schon. Du schaffst es. Du schaffst es. Du bist mein Mädchen. Nur noch nicht. Boom. Oh. So. doch war noch mal aber irgendwie das funktioniert nicht so gut mir ging das noch mal so hat er wird das davon ist blau ach so was polizei wagen ist na komm schon komm schon komm schon komm schon komm schon geben ein bisschen schub zu koop koop nein ich bin hängen geblieben schade okay das wird nix glaube ich war das in autos und autos und autos ich nehme das nächste einfach auto 200.000 gut damit habe ich schon meine mülle zusammen ja meine halbe mülle zumindest es gäbe schon mal bronze das ist ein fetter bus nein nein komm schon du triffst mich du triffst mich auch ohr bogen 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 holster bogen das hat sich nicht so gut umgehört bautsch bautsch komm das krieg ich noch hin komm schon komm schon feld das war eigentlichYoung ist so und warts das kriegt mich Was brauch ich denn noch? 100.000? Komm, das sollte doch schaffbar sein. Na, zuschauen wir nicht. Hui. Ich krieg gerade den Flo nicht richtig hin. So, jetzt da. Komm schon. Nein, ich bin nicht richtig. Ich hab sowieso Gottgold, okay. Betrug geschafft. Und ein bisschen Bargeld. Bonus und EP und Bonus und einfach alles. Und da fällt man tot um. Genau. Ist schon erschlagend. Was auch sehr passend ist.